Hallo bei HOFA. Schön, dass du vorbeischaust. Lass uns mal in ganz einfachen Worten über Akustik reden. Genauer gesagt, wo und wann wir uns als Tonschaffende mit Raumakustik beschäftigen müssen. In diesem Tutorial lernst du auch, wie du ohne großen Aufwand deine Räumlichkeiten überprüfen kannst. Vorweg die Frage, wo genau kommen wir mit Akustik in Berührung? Für uns relevant sind zwei Punkte oder besser Strecken. Erstens die Strecke zwischen Instrument und Mikro bei der Aufnahme und zweitens die Strecke beim Mischen und Mastern zwischen unserer Studie abhöre und unseren Ohren. Wenn du für deine Musik weder Mikrofon noch Lautsprecher brauchst, Glück gehabt. Du kannst dich unbeschwert um deine Produktion kümmern. Alle anderen auch Glück gehabt. Ihr seid auf einem guten Weg zu einem klasse Sound, wenn euch die Raumakustik keine Probleme bereitet. Aber was ist eigentlich eine problematische Akustik? Egal ob beim Aufnehmen, Mischen oder Mastern, der Raum, in dem du arbeitest, hat immer maßgeblichen Einfluss auf die Bässe, Mitten und Höhen, die du hörst. Fangen wir mit den Höhen und Mitten an. In diesem Frequenzbereich nehmen wir die Reflexionen als kurze Echos und Nachhall wahr. Gerade wenn ein Klatschen einige hörbare, kleine Echos auslöst, dann ist das Mischen und Mastern in diesem Raum äußerst anstrengend und ermüdend, da dein Gehirn die Flutter-Echos immer kompensieren muss. Aufnahmen aus so einem Raum mit Flutter-Echos klingen immer billig und dünn. Kommen wir zu den Bässen, dem Hauptproblem fast aller Räume. Auch hier kannst du mit einem einfachen Test feststellen, ob es bei dir problematisch ist. Ich spiele hier jetzt ein paar tiefe Töne ab, die eigentlich alle gleich laut sind. Wenn diese Töne über deine Studio-Lautsprecher unterschiedlich laut klingen, dann liegt es an deiner nicht optimalen Raumakustik. Der Grund für die wahrgenommenen Unterschiede bei der Lautstärke sind wiederum Raumreflexionen, diesmal in den Bässen. Diese Reflexionen oder auch Raummoden können sich gegenseitig verstärken oder auslöschen und sorgen so dafür, dass du den Bassbereich deiner Produktion nicht urteilen und somit auch nicht richtig abmischen kannst. Zusammenfassend kann man sagen, produzieren bei mangelhafter Akustik ist wie Bildermalen bei schlechtem Licht. Man weiß nie wirklich, was man tut. Die Lösung all dieser Probleme ist relativ einfach. Bass-Traps vorzugsweise in den Ecken, wie hier in meiner Regie, reduzieren die Bassmoden erheblich, sodass du beim Mischen und Mastern immer genau hörst, ob wirklich alles passt. Mit Diffusoren und Wandabsorbern bekommst du die Flatter-Echos und Nachhaltzeiten in den Griff. Bei großen Räumen und Glasflächen können spezielle Akustikvorhänge eine große Hilfe sein. Weitere Infos und eine kostenlose Raumplanung findest du unter hofer-akustik.de Klöpp Kilo 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 Vielen Dank.